Was ist das richtige Aquarium für dich? Mit diesen Tipps findest du das perfekte Aquarium. Zum Anfang lass mich sagen, je besser du im Vorfeld weißt, was du möchtest, desto besser ist auch später deine Auswahl des Aquariums. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Punkt und der ist, was möchtest du mit deinem Aquarium machen bzw. was ist deine Motivation? Und jetzt weiß ich natürlich schon, ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, denn meistens hat man ja eigentlich nur so das Bedürfnis, okay, ich möchte ein Aquarium haben, aber ich weiß eigentlich noch nicht so richtig, was ich damit anfangen möchte. Und hier möchte ich einfach nur dir mal so ein bisschen die Augen öffnen und fragen, okay, was fasziniert dich denn vor allem an einem Aquarium? Sind es vor allem die Fische oder ist es beispielsweise das Unterwassergärtnern? Ist es vielleicht eine Kombination aus beidem? Da kommt es halt auch mal so ein bisschen drauf an, in welche Richtung man gehen möchte. Zum Beispiel geht man eher in die klassische Aquaristik, also ins klassische Gesellschafts-Aquarium oder möchte man vielleicht eher in die Richtung eines Pflanzen-Aquariums oder doch eines Aquascapes gehen? Und diese Punkte beeinflussen im Endeffekt dann auch deine Aquarienwahl. Das heißt, je besser du im Vorfeld weißt, was du möchtest, desto besser können wir dann auch in den folgenden Punkten diese ganze Sache auseinanderbröseln. Und dann kommen wir zur richtigen Platzwahl für dein Aquarium, denn du solltest natürlich auch in dem Raum oder in der Wohnung, in dem du das Aquarium aufstellen willst, natürlich auch den richtigen Platz haben. Nicht nur irgendwie ein bisschen Platz, sondern den richtigen Platz für dein Aquarium, denn ein Aquarium darf niemals in der direkten Sonne stehen oder sollte das zumindest nicht, da das halt wirklich zu massiven Algenproblemen führen kann. Das heißt, hier solltest du dir einen Platz auswählen, zum Beispiel wie der hier, der wäre überhaupt nicht gut. Deswegen steht das Aquarium auch hier quasi lichtgeschützt. Hier fällt nur wirklich sehr, sehr kurz, wenn die Sonne untergeht, fällt hier ein wenig Licht rein. Das ist vollkommen okay, aber beispielsweise der Platz hier würde für ein Aquarium überhaupt nicht der richtige sein. Ebenso solltest du natürlich auch darauf achten, was dein Boden überhaupt trägt. Aber wenn du jetzt in irgendeiner Mietswohnung wohnst und du ein größeres Aquarium haben willst, was mehrere hundert Kilo wiegen kann, dann solltest du dir im Vorfeld auch mal Gedanken machen, ob der Boden dieses Aquarium auch trägt. Also schau, was der Raum an möglicher Größe hergibt, denn für die maximale Beckengröße ist natürlich der Platz in der Wohnung maßgeblich. Ich finde es aber auch immer sehr wichtig, dass man die Beckengröße anhand der Bewohner, die später im Aquarium leben sollen, aussucht. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise schon Fische oder andere Bewohner im Auge hast, ist das natürlich super. Das heißt, du solltest dich über diese Tiere informieren und herausfinden, was diese Tiere denn an Mindestanforderungen an die Aquariengröße stellen. Und anhand dieser Größe natürlich dann auch bei dir schauen, okay, passt das mit meiner maximalen Beckengröße, die ich bei mir in die Wohnung stellen kann. Wenn du jetzt dagegen noch keine Favoriten hast, ist das natürlich auch erstmal nicht schlimm. Bei Fischen kann man so sagen, dass ungefähr 60 cm Kantenlänge oder 60 Liter eigentlich das Mindestmaß für Fische sind. Das heißt, darunter solltest du keine Fische halten. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich möchte Garnelen oder Schnecken oder sowas halten, dann kann man auch mit kleineren Aquarien anfangen, ich sage mal so ungefähr 20 oder 30 Liter. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte nur ein ausschließliches Pflanzenaquarium betreiben, dann hast du natürlich keine Begrenzung und du kannst dich da halt auch mit ein paar kleinen Pfützen zurechtfinden. Dabei kann man sagen, dass diese typischen Anfängerfische, die wir so haben, so Guppis, Mollis oder beispielsweise Neonsammler, so ungefähr ab 60 Liter gehalten werden können. Wenn du aber jetzt sagst zum Beispiel, ich möchte größere Gruppen von Fischen in meinem Aquarium haben, würde ich dir definitiv mehr als 60 Liter empfehlen, da das Aquarium sonst sehr, sehr schnell voll wird. Oder du gehst halt den anderen Weg, du schaffst dir eine bestimmte Beckengröße an und suchst anhand dieser Beckengröße dann später deine Fische aus. Ich würde es aber immer den anderen Weg machen, dass du die Beckengröße anhand deiner Bewohner, die du auf jeden Fall im Aquarium haben willst, auswählst. Okay, nachdem wir die Beckengröße ausgewählt haben, kommen wir zum richtigen Unterschrank. Und der ist auch besonders wichtig, denn so ein Aquarium kann unter Umständen schon ziemlich viel Kilogramm auf die Waage bringen. Ich würde schätzen, dass das 60p, was ich hier stehen habe, mit Steinen und allem so ungefähr 110 bis 120 Kilogramm auf die Waage bringt. Und das ist natürlich schon echt viel, was auch ein Schrank dann auch aushalten muss. Das heißt, hier kann man sagen, wenn du jetzt ein kleines oder Nano-Aquarium hast, dann kannst du in der Regel auch ein normales Möbelstück nehmen oder das gegebenenfalls sogar noch verstärken. Und dann sollte das passen. Mein Mini M, was ich hier stehen habe, 20 Liter Aquarium, das steht auch auf einem ganz normalen Highboard. Also da ist nichts, dass das irgendwie zusammenbricht. Wenn du dagegen jetzt ein größeres Aquarium, über 60 Liter vielleicht hast, so 70, 80, 90, 100 Liter, dann solltest du dir ernsthaft Gedanken machen, okay, auf welchen Unterschrank stelle ich das? Und da hast du verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es zum einen die ganz normalen klassischen Aquarienunterschränke von den Aquarienherstellern. Das heißt, jeder Aquarienhersteller bietet in der Regel zu seinen Aquarien, aber auch Standardmaß, natürlich entsprechende Aquarienunterschränke an. Die kann man dann halt direkt entweder im Set mit dem Aquarien dazukaufen oder natürlich auch einzeln. Auf der anderen Seite hast du aber auch die Möglichkeit, dir beispielsweise selber deinen Aquarienunterschrank zu bauen. Das hier ist auch eine Eigenkonstruktion. Also wenn du handwerklich etwas geschickt bist, kannst du das natürlich machen. Ich würde dir aber an der Stelle empfehlen, wenn du Anfänger bist, nimm einfach einen ganz normalen Aquarienunterschrank eines Herstellers. Da bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite mit, hast auch genügend Stauraum, hast die Stabilität und brauchst dich da dann nicht noch irgendwie um, ja handwerklich, um so einen Korpusgestell zu kümmern. Von daher würde ich dir dann einen ganz normalen Herstellerunterschrank empfehlen, aber das kannst du dir natürlich dann auch aussuchen. Jetzt haben wir ja schon viele Punkte abgehakt, aber wir kommen noch zu einer wirklich wichtigen Frage. Soll ich das Ganze als Set kaufen oder doch lieber einzeln kaufen? Und hier ist es so, dass ein klassisches Set eigentlich alles Wichtige schon mehr oder weniger mit dabei hat. Das heißt, ein Aquarium, meistens ein Filter, eine Beleuchtung und beispielsweise noch ein Heizer, beziehungsweise du kannst auch beispielsweise Sets mit Unterschränken kaufen. Das heißt, du hast in diesem Set mehr oder weniger schon alles zusammen. Die Produkte sind in der Regel auch aufeinander abgestimmt. Das heißt, die Filtergröße passt natürlich dementsprechend auch zum Aquarium. Und man muss sagen, dass diese im Gesamtpaket schon etwas günstiger sein können. Daher ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass diese Sets auch relativ beliebt bei Anfängern sind. Das heißt, gerade egal in welchen Zooladen du reingehst, du wirst immer irgendwelche Sets da finden, die du da kaufen kannst. Wichtig dabei ist zu sagen, dass diese Komponenten, die da eingesetzt werden, also Filter, Beleuchtung und so weiter, dass die in der Regel eher der Mindestanforderung entsprechen. Das heißt, hier kannst du jetzt nicht wirklich leistungsfähige Technikprodukte erwarten. Man kann aber auch dabei sagen, dass gerade in den letzten Jahren viele Hersteller dazu übergegangen sind, beispielsweise größere oder leistungsfähigere Sets zu verkaufen. Das heißt, hier kannst du zum Beispiel dich mal bei Scaper Lines oder sowas umgucken, die dann halt auch schon von der Performance etwas besser sind. Demgegenüber steht das Ganze mehr oder weniger alles einzeln zu kaufen. Das heißt, du musst das Aquarium einzeln kaufen, musst den Filter kaufen, die Beleuchtung, den Heizer, was du noch immer so haben willst. Hier hast du natürlich den Vorteil, dass du ja eine sehr breite Produktpalette hast. Das heißt, du bist nicht auf Komponenten oder Technikprodukte eines einzigen Herstellers angewiesen, sondern kannst wirklich aus dieser gesamten Menge auswählen und hast auch in der Regel Produkte, die etwas mehr Leistung beispielsweise bieten. Gerade auch bei der Beleuchtung, wenn du zum Beispiel einen Bodendecker einsetzen willst. Aus meiner Sicht macht aber ein Einzelkauf vor allem dann nur Sinn, wenn du jetzt im Vorfeld schon wirklich alle Fragen, die wir soeben durchgegangen sind, konkret auch beantworten kannst und es dann auch aus diesen Fragen heraus einen Mehrwert gibt, dass du beispielsweise leistungsfähigere Technikprodukte brauchst. Zum Beispiel, wenn du jetzt schon weißt, du möchtest einen Bodendecker pflegen und eine normale Standardbeleuchtung würde dir dabei nicht ausreichen, dann macht es natürlich Sinn, beispielsweise auf eine höherwertige Beleuchtung zu gehen. Das heißt, das einzeln zu kaufen. Wenn du aber jetzt noch nicht so richtig weißt, in welche Richtung soll es gehen und du hast auch nicht so viel Wissen beispielsweise in der Aquaristik, dann würde ich dir halt als normaler Anfänger doch eher zu diesen Sets raten, weil die sind aus meiner Sicht gerade für den Start optimal und du kannst dich da auch wirklich austoben. Und wenn du jetzt diese ganzen Punkte durchgegangen bist, dann kannst du auch das perfekte Aquarium für dich aussuchen. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wie man dieses Aquarium dann auch super toll einrichtet, dann kann ich dir auf jeden Fall hier dieses Video empfehlen, denn da zeige ich dir, wie du ein Aquarium wirklich schön einrichten kannst. Und dann würde ich sagen, war es das, macht es gut, bis dahin, ciao.